Liebe Kemper, ich bin wieder in Aschbach. Diesmal ist es ein bisschen kühler. Wir haben den 23. Dezember. Bevor wir in die Weihnachtsferien gehen, möchte ich noch wissen, was mit der CMT, mit dem Stand da läuft. Mirko, was läuft in der Zwischenzeit? Am 8. kommt unser Messebauteam und fängt an, den Stand aufzubauen. Am 9. kommen die ersten Fahrzeuge rein. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Jetzt haben wir Weihnachtsferien, Weihnachtsurlaub. Hier ist alles zu. Heute wird alles dicht gemacht. Und dann geht es im nächsten Jahr weiter und dann ist nicht mehr viel Zeit, bis wir uns in Stuttgart sehen. Also liebe Freunde, vergisst den Termin nicht. CMT kommt zum Stand. Sag nochmals die Halle. Halle 3, Stand B12. Wir wünschen euch hier von Aschbach aus schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und wir sehen uns in Stuttgart bei der CMT. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.